so heute gibt es äh, esslige Spaghetti Kiegerfliege! Jetzt weg und mal essen, Fliege! und Spaghetti Reste hier in der Pfanne. Also ein bisschen Salami sollte man eigentlich nicht in der Pfanne anbraten. Trotzdem gemacht, zu Hause kann man das. bisschen Kinderwurst, Schinkenwurst und ja, sieht richtig gut aus. und dann noch drei vier scheiben käse oben drauf mein sohn kriegt hier lecker frikadellen brötchen ja das brötchen bitte bitte über den teller so hat immer das bedürfnis das essen über den fußboden zu halten deswegen sieht der fußboden immer so aus was anderes perfekt wie lange bist noch da eine halbe wochen okay ungefähr guten appetit